Yo Leute was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Heute geht es um wahrscheinlich das wichtigste Thema im gesamten Spiel. Deswegen wird es heute auch nochmal ein wenig kompliziert, weil das ein Thema ist, was nicht so gut erklärt wird vorm Spiel. Ich habe auch echt lange gebraucht, bis ich das alles gerafft habe und ich versuche das mit euch heute Stück für Stück einfach durchzugehen, damit ihr wisst, wie ihr im Endgame das maximalste aus eurem Bild rausholt bzw. das maximalste an DPS und Dev und so weiter rausbekommt. Deswegen würde ich sagen, schnacken wir gar nicht weiter rum, sondern gehen direkt rein. Ich hatte euch im letzten Video schon ein wenig was dazu erzählt, was Eigenschaften sind, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie man Eigenschaften auf Items drauf bekommt, worum es da geht und was dabei wichtig ist. Ich habe mal ein wenig was an Loot mitgebracht, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Da haben wir hier ein paar lila Items, wir haben ein paar blaue Items und bei jedem Item seht ihr hier Eigenschaften. Das ist so eine der wichtigsten Dinge im Endgame. Im Prinzip, um das erste zu sagen, bei grünen Items habt ihr die Möglichkeit, zwei Level und zwei Eigenschaften drauf zu haben. Bei blauen Items könnt ihr drei Eigenschaften und drei Level jeweils drauf haben und bei lila Items sind es immer noch drei Eigenschaften, aber vier Level. Und deswegen gilt auch der Grundsatz, dass ein blaues Item mit vielen Eigenschaften grundsätzlich stärker ist als ein lila Item. Was auch Sinn macht, weil diese Eigenschaften gerade in der Masse am Ende extrem, extrem krass sind. Und um euch das einfach mal zu verdeutlichen, hier zum Beispiel habe ich dreimal den gleichen Zauberstab, einmal mit Debuff Dauer, einmal mit Crit Chance und einmal mit Mana Regeneration. Jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich die einzelnen Eigenschaften auf diese Items? Und das ist, jetzt wird es kompliziert Leute und ich hoffe ich bringe das so rüber, dass ihr das auch auf Anhieb versteht. Erstmal geht es darum, was für eine Seltenheit euer Gegenstand hat, weil, sagen wir mal, ihr habt ein lila Item und habt auf dem lila Item, wie hier zum Beispiel, eine Eigenschaft, bei mir hat Buff Dauer. Wenn ihr jetzt noch eine Eigenschaft drauf haben wollt, habt ihr nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht in das Item rein und sagt hier bei Eigenschaften, dass ihr einfach hier durch Eigenschaft umschalten, ein Item, eine Eigenschaft euch hier aussucht oder mit drei, also hier, Entschuldigung, hier eine Eigenschaft aussucht. Das Ganze kostet Eigenschaften Freischaltsteine, bei lila Items 100 Stück und ich kann euch sagen, das ist ultra teuer, deswegen macht das auf gar keinen Fall. Aber was ihr auch machen könnt ist, wenn ihr genau das gleiche Item habt, den blauen Stab hier nehme ich einmal, dann könnt ihr einen anderen blauen Stab, muss genau das gleiche Item sein, mit einem anderen, mit einer anderen Eigenschaft. Dann könnt ihr dann nehmen und dann sagen, Eigenschaft Freischalten, das mache ich mal. Zack, dann verschwindet das eine Item, aber auf dem Item, was ihr ausgewählt habt, habt ihr jetzt zwei Eigenschaften. Und so könnt ihr dann quasi, wenn ihr ein Item dreimal habt, mit drei unterschiedlichen Eigenschaften, drei Eigenschaften draufhauen. Wichtig ist halt, dass es genau das gleiche Item ist, also bei den lila Items zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier den Stab von, den Kristallstab von Talos habt, dann könnt ihr nicht irgendeinen anderen Stab nehmen. Es muss genau dieser gleiche Stab von Talos sein, mit einer anderen Eigenschaft, um eine Eigenschaft auf diesen Stab draufzurollen. Wenn ihr einmal eine Eigenschaft drauf habt, sagen wir jetzt hier zum Beispiel die Mana Regeneration, dann könnt ihr auch ein anderes Item, also nicht genau das gleiche Item nehmen und das hier draufrollen. Wenn ihr blau zu blau macht, dann habt ihr eine 100% Chance, dass das mit drauf geht. Wenn ihr aber eine Kategorie tiefer geht, das heißt, wenn ich jetzt hier einen Zauberstab in grün hätte und den versuchen würde, der muss natürlich auch Mana Regeneration draufhaben. Und wenn ich den dann auf den blauen drauf packe, dann habt ihr nur eine Chance, dass die Mana Regeneration rübergenommen wird. Bei blau blau 100%, lila lila 100%, grün grün 100%, aber ihr könnt auch immer eine Version tiefer gehen. Heißt, wenn ich jetzt hier auf meinem lila Stab bin und ich hätte jetzt noch einen blauen Stab mit Buff Dauer, dann könnte ich versuchen, diesen blauen Stab dort reinzupacken. Zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann das funktionieren oder eben auch nicht. Hier sieht man das eigentlich ganz gut. Ich habe einmal die boshaften Dornen, einen Decker ausgewählt und auf der Armbrust hier ist genau der gleiche Effekt drauf. Auch maximaler Mana und das sind ja unterschiedliche Items, aber ich kann den Effekt einfach rüberziehen. Das werde ich jetzt hier nicht machen, weil die Items sind zu wertvoll, als dass ich das hier einfach für das Video machen kann. Aber das würde dann zu 100% funktionieren. Das seht ihr auch hier oben. 100% verzaubern und das könnt ihr dann machen. Aber ganz wichtig, wenn ihr eine andere Eigenschaft freischalten wollt, dann muss es immer genau das gleiche Item sein. Wenn ihr die Eigenschaft verbessern wollt, dann kann es ruhig ein anderes Item sein, aber wenn es die gleiche Farbe hat, dann geht das zu 100%. Wenn die Farbe ein bisschen schlechter ist, das heißt, wenn ihr lila verbessern wollt und ein blaues Item nehmt, dann habt ihr nur eine Chance, das zu verbessern. Auf ein lila Item mit einem grünen Item, das geht gar nicht. Ihr könnt also immer nur eine Kategorie tiefer gehen. Damit einhergehend würde ich auch gerne die Eigenschaften an sich einmal erklären, weil jede dieser Eigenschaften könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen und auch verkaufen. Dafür geht ihr hier unten in diese Leiste rein. Da müsst ihr rein. Und dann geht ihr hier auf Eigenschaftsextraktion. Das würde ich mal machen. Und wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, so eine Rüstung habt, das geht aber auch bei blauen Items, das ist völlig egal. Ihr könnt aus jedem Item die Eigenschaft rausholen. Dann könnt ihr das machen. Das würde ich jetzt hier einfach mal machen. Maximale Mana ist drauf. Ne, wählt ihr aus. Das Ganze kostet 25 Extraktionssteine. Die kriegt ihr aktuell überall. Im Shop gibt es die für Schmuckmünzen. Die könnt ihr mit Vertragsmünzen kaufen. Die gibt es wirklich an, äh, gibt es ganz, ganz viele. Müsst einfach mal schauen. Und auch im Battle Pass in diesem, in diesem Sternenshop. Dort könnt ihr die, glaube ich, meine ich auch kaufen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr die kaufen könnt. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Extraktion 25 und dann habt ihr die Eigenschaft rausgezogen. Und das Wichtige ist, oder das Coole ist, das Ding könnt ihr jetzt auch handeln im Auktionshaus. Dafür könnt ihr hier einfach einmal im Auktionshaus durchsuchen. Dann sucht ihr direkt dieses Item. Und dann seht ihr hier schon. Aktuell wird 1 für 45 verkauft. Und was ihr dann auch machen könnt, ist dieses Item im Auktionshaus verkaufen. Da wird euch dann direkt angezeigt, was der aktuell niedrigste Preis ist. Und dann könnte ich jetzt hier einfach sagen, ey, ich verkaufe das Ding auch für 40. Und packe das auch mit ins Auktionshaus. Und dann wird das verkauft. Und das könnt ihr mit allen Items machen. Auch mit blauen Items. Es gibt einige blaue Eigenschaften. Auf eigenen, auf einigen blauen Items, die teilweise 100, 200, 300 Lucent wert sind. Gerade sowas wie Crit Chance oder Manne Regeneration sind immer gerne gesehen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Immer im Auktionshaus schauen. Und könnt dann dort die Sachen verkaufen. Und ein bisschen Lucent mit dazu verdienen. Aber ihr könnt natürlich auch im Auktionshaus einkaufen. Wenn ihr jetzt sagt, ey, genau diese Eigenschaft, die ihr jetzt gerade habt. Diese hier. Wenn ihr die dann im Auktionshaus sucht. Könntet ihr die jetzt natürlich auch kaufen. Sagen wir mal, ich kaufe mir die jetzt hier. Dann könnte ich, oder hätte ich diese Eigenschaft nicht rausgezogen aus meiner Platte. Könnte ich das kaufen. Und dann in mein Item mit reinpacken. So müsst ihr einfach mal schauen. Erstmal natürlich Lucent verdienen, indem ihr Sachen verkauft. Und dann könnt ihr im Auktionshaus auch schauen, was braucht ihr gerade. Wenn ihr zum Beispiel diesen Talus-Stab braucht. Und sagt, ey, hier Manne Regeneration würde ich gerne erhöhen. Dann schaut ihr, ob es irgendeine Manne Regeneration gerade im Auktionshaus gibt. Gerade am besten ein lila Item, eine lila Waffe. Und könnt so dann diesen Stab erhöhen. Wichtige Key-Items sind die Eigenschafts-Ettraktionssteine, die Eigenschafts-Umwandlungssteine und natürlich auch die Eigenschaft Freischaltsteine. Die Freischaltsteine, da kann ich euch nur einen Tipp geben. Die kriegt ihr im Kodex am meisten und auch jede Woche in den wöchentlichen Belohnungen. Dann müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr Level 50 seid, dann habt ihr hier diese wöchentlichen Missionen. Und wenn ihr hier mal schaut und ihr euch hier kein Item aussucht, dann habt ihr immer auch die Möglichkeit, eine Ersatzbelohnung euch hier unten auszuwählen. Das ist auch egal, wie viele ihr geschafft habt. Auch wenn ihr mal eine Woche im Urlaub wart, dann könnt ihr auch immer noch diese Ersatzbelohnung hier euch einsammeln. Es kann sein, dass ihr mindestens eine Sache hiervon abgeschlossen haben müsst. Das kann ich aus erster Hand nicht sagen, weil ich das bisher noch nicht hatte. Bisher hatte ich hier immer die Möglichkeit, aber das ist natürlich auf Dauer auf jeden Fall etwas, was ihr haben wollt. Weil dann könntet ihr bei eurem Item, ohne dass ihr das Item nochmal finden müsst, das ist gerade bei diesen Set-Items, die ultra selten sind, wichtig. Und auch bei diesen Items, die ihr vom Weltbossen bekommt, wichtig. Weil wenn ihr hier so ein Item nochmal finden wollt, ist das sehr, sehr schwierig. Gerade die Items, wie gesagt, von den Weltbossen. In den Koop-Dungeons, da ist was anderes, das kann man ganz gut hinkriegen. Aber gerade so Stab von Talus ist sehr schwierig. Und da würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, diese Eigenschaft selektiv freizuschalten, weil ihr da auch etwas ganz Bestimmtes haben wollt. Wie zum Beispiel Maximalamana oder Chance auf starken Angriff. Und das ist dann für Lucent sehr, sehr teuer. Hier habt ihr zum Beispiel beim Vertragshändler die Eigenschafts-Extraktionsteine. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, so viele wie möglich immer euch zu holen, weil die wirklich später wichtig werden. Und besser, ihr habt sie früh, früher als spät. Und die Eigenschafts-Umwandungssteine findet ihr zum Beispiel beim Gildenhändler. Da seht ihr gerade, da habe ich schon 100 gekauft diese Woche. Die würde ich auch jede Woche holen, weil die werden später auch sehr wichtig, wenn ihr dann Eigenschaften mal umschalten wollt. Weil wenn ihr zum Beispiel so ein seltenes Item wie diesen Kristallstab von Talos habt und sagt, ey, da hätte ich gerne eine andere Eigenschaft drauf als Mana-Regeneration, dann könnt ihr hier für 100 Umwandlungssteine das quasi rollen. Dann seht ihr hier oben, was alles draufgerollt werden kann. Mache ich jetzt nicht, weil ich mit Mana-Regeneration eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Aber wenn da jetzt zum Beispiel so etwas wie Konstrukt-Zusatzschaden wäre, dann könnte man jetzt sagen, ey, ich rolle das Ganze hier um mit meinen 100 Umwandlungssteinen und versuche eher Mana-Regeneration zu bekommen oder Chance auf starken Angriff. Ein super kompliziertes Thema, wie ich finde. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden und wisst, was es mit den Eigenschaften auf sich hat. Wenn ihr das bei allen Items macht, dann habt ihr hier gut was zu tun, wenn ihr hier überall die Eigenschaften ausrüsten wollt. Und ihr werdet dann wahrscheinlich schon sehen, stellt euch mal vor, ihr hättet auf jedem Item Mana-Regeneration Stufe 4. Das wäre dann 60 Mana-Regeneration und das mal 5 oder mal 6. Da kommt natürlich extrem, extrem viel bei zusammen. Und dann seht ihr, irgendwann sieht das vielleicht so aus wie hier der Ring. Der hat das Armband, wo ihr dann 3 Eigenschaften drauf habt und einzelne Level drauf habt. Und so versucht ihr dann immer, immer weiter voranzukommen. Heute um 12 finden ja wieder die Gildenbosse statt. Heute werden wir wieder mit der ganzen Gelde die Bosse machen. Heute steht bei uns auf dem Plan auf jeden Fall der Junoboto und ich hoffe auch, dass hier der Grand Elon freigeschaltet wird. Wenn ihr da mal live dabei sein wollt, dann checkt einfach mal Twitch auf, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr nichts zu Thrones Elevator verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Follow freuen. Sehr über ein Liked auf dem Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.